Johann Ernst Galead war Oboist, Organist und Komponist. Leben Galead wurde als Oboist ausgebildet und war ab 1698 Mitglied der Hofkapelle in Celle. Außerdem studierte er Komposition bei Jean-Baptiste Farinelli und Agostino Stefani in Hannover. Seine Werke stehen in der Nachfolge Handels und weisen ihn als geschickten Kontrapunktdicker aus. Charles Berni sagte von ihm, that he never saw me more correctness or less originality in any order that he have examined of the present century. Mit 15 Jahren bekam er seinen ersten Auftrag zu einer Komposition für Stefani und Farinelli, den Musikdirektor des Fürstentums Hannover. Später trat er in die Kammermusik von Prinz Georg von Dänemark ein und ging nach dessen Heirat mit Königin Anne nach London. Wo er im Jahre 1706 mit 19 Jahren Nachfolger des Sängers und Komponisten Antonio Draghi wurde. Außerdem war er als Organist am Summer Set House und darüber hinaus zeitweise als Komponist für das Londoner Theater tätig. Seine 1712 komponierte Oper Kalypso in Telemachus blieb jedoch weitgehend erfolglos. 1726 gründete er mit anderen die Academy of Ancient Music, die sich die Pflege sowohl von Vokal- als auch von Instrumentalmusik zum Ziel gesetzt hatte. 1713 trat er Händels italienischer Oper als Oboist bei und es ist wahrscheinlich, dass Händel für ihn die schweren Oboenpassagen in der Arie der Agile Madora el Idol Millionen aus Teseo schrieb. 1742 übersetzte er außerdem Pia Francesco Tosi Sipinianaide Canturi Antischi i Modernio Sieno Osservazioni Soprae Canto Figurato. Eine wichtige zeitgenössische Abhandlung über die Gesangskunst aus dem Italienischen ins Englische. Erwähnenswert ist auch, dass er Händel bei dessen erstem Besuch in London behilflich gewesen sein soll. Werke Unter seinen frühen Kompositionen findet man ein Teideum, ein Jubilate sowie drei Entims, die an der Chapel Royal und an der St. Pauls Cathedral anlässlich militärischer Siegesfeiern aufgeführt wurden. Außerdem komponierte er Kantaten, Lieder und Sonaten für Streicher und Fagott. 1745 komponierte Galliard noch ein Piece für 24 Fagotte und vier Kontrabässe für ein Konzert im «Lincoln's Infields Theater», in dem er als Kurose die beiden Tragödien «Brutus» und «Julius Cäsar» benutzte.